So, hallo. Wir haben erstmal ganz in Ruhe jetzt gefrühstückt und mir ist danach eine große, große, große Runde jetzt spazieren zu gehen. Weil ich habe hier so in den letzten Tagen gemerkt, dass mir das richtig gut tut, rauszugehen, weil es passiert gerade viel hier und viel hier. Und da muss man manchmal so ein bisschen Abstand gewinnen. Und deswegen finde ich Spazierengehen gerade eine ganz, ganz gute Sache. Und ich hatte letzte Nacht einen Traum. Einen sehr intensiven Traum. Und kennt ihr so Träume, die euch euer Unterbewusstsein schickt, um so zu sagen, Alter, bist du wirklich so blind? Und das willst du. Das, ja? Also dir diesen Film da. War krass. Habe ich so nicht erwartet und nicht kommen sehen. Und auch damit muss ich jetzt erstmal gerade mit mir so ein bisschen klarkommen. Also das war, ich bin aufgewacht und habe das nochmal so Revue passieren lassen. Was passiert ist dazu? Gut. Also, nach unserem ausgewöhnlichen Frühstück, es ist nämlich jetzt schon neun, jetzt erstmal raus. Raus. Und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Es steht eventuell Zirkus auf dem Plan. Eventuell. Mal gucken. Einkaufen möchte ich nochmal ein bisschen was. Aber jetzt erstmal raus. Ich muss erstmal mit meinen Gedanken heute klarkommen. So was ist... Ich finde so was auch unglaublich anstrengend und so energieraubend. Weil, ähm, es gibt so Sachen, da kann man so schlecht abschalten. Und dann drehen sich ständig, ständig, ständig wieder die Gedanken da drum. Und so was habe ich gerade. Und es nervt mich und mag ich gerade nicht haben. Und deswegen gehe ich jetzt spazieren. Gut, das war richtig, richtig gut jetzt. Übrigens komme ich klamotten-technisch überhaupt gar nicht hin. Für die Kinder hat es 1A hingehauen. Ich habe für jedes Kind pro Tag ein Outfit mitgenommen. Und für Svea ein Reserveoutfit, was ich auch gebraucht habe. Und mit meinen Klamotten komme ich halt hin und vorne irgendwie überhaupt nicht hin. Ich hatte drei Jacken mit. Drei Jacken für fünf Tage. Sechs Tage. Drei Jacken. Jacke Nummer eins habe ich mir, glaube ich, an Tag zwei schon total dreckig gemacht. Jacke Nummer zwei hatte ich heute Morgen an, habe ich gesehen, dass ich einen riesengroßen Fleck drauf habe. Und Jacke Nummer drei hat so ein Muster, dass es zu meinem heutigen Outfit nicht passt. So. Naja, zum Glück habe ich den Hoodie noch. Weil die Sonne scheint zwar sehr schön, aber es ist doch recht windig. Aber es ist okay. Das ist Frühlingswetter. Das ist wenigstens Frühlingswetter. Und nicht schon Sommerwetter. Das ging mir ja richtig auf den Keks eigentlich, wenn man hier dann schon so 25, 26 Grad hatte. Das brauche ich jetzt noch nicht. So, ich setze mich jetzt mal ein bisschen an die Planung. Ich muss mal die nächsten drei Tage so ein bisschen planen, was so alles ansteht, was wir so alles machen wollen. Ein ganz, ganz kleines bisschen Arbeit habe ich mir auch mitgebracht. Das werde ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen angucken. Und ja, ganz entspannt ist erst. Viertel elf. Wir essen gerade. Mit kochen mache ich nicht viel her die Woche. Es gibt heute Nudeln mit Tomatensauce. Und es beschränkt sich immer auf solche. Beziehungsweise Zuckernudeln für all diejenigen, die Tomatensauce nicht essen wollen. Weiß ich nicht. Liebe Nudeln mit Tomatensauce. Wie kann man die Tomatensauce nicht essen wollen? Naja, ich diskutiere sowas nicht mehr aus. Es gibt also heute nur... Nur? Nee, das ist ein leckeres Essen. Es gibt heute Nudeln mit Tomatensauce. Und auch sonst koche ich mir so die fancy Gerichte eigentlich nur noch, wenn ich alleine bin. Weil der Rest der Familie isst das sowieso nicht mit. Weil es sind keine Zuckernudeln oder Pfannkuchen. Deswegen muss ich es sowieso alleine essen. Also kann ich es mir auch kochen, wenn ich sowieso alleine bin. Vielleicht erzähle ich euch gerade überhaupt nichts Neues. Aber habt ihr das schon mal zusammen gegessen? Weintrauben mit Ziegenfrischkäse. Boah, ist das so geil. Weil ich hatte den noch übrig von einem Rezept, also was ich gekocht habe. Jetzt habe ich gerade noch frische Weintrauben geholt. Also die Kinder werden nur die Weintrauben essen, aber ich werde das zusammen essen jetzt. Oh, so, 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 so. Wisst ihr, wie unglaublich schön das ist, wenn man einfach so fünf Schritte nach draußen macht. Und dann im Grün ist, im Garten ist, die Kinder ganz viel Platz zum Spielen haben. Oh, ich bin so froh, wenn wir das dann hoffentlich ab nächstem Jahr wieder haben. Weil das ist einfach Luxus und so viel mehr Lebensqualität, wenn man einen eigenen Garten hat. Ich möchte auch wieder einen eigenen Garten.